Ah, welche Ebenen haben wir jetzt? Ah, scheiße. Ah, ich bin zu blöd für den Fly-Mod. Der hat nur eine scheiß Tastenbelegung, ganz ehrlich. Ah, genau. Genau, richtig. So, und runter. Ah, 80, auch eine gute Zahl. Ah, 4. So. Hm. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss mal eben kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Hm. Ja, dann... Ich würde sagen, ich brauche jetzt mal drei weitere von den Dingern hier. Ja, mal sehen. Da sind neun dazwischen. Mache ich da auch neun, oder? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da. So ist doch eigentlich ganz gut. Ich habe schon einige Kirchen, Kathedralen und andere Dinger gebaut. Ich stehe einfach auf die Teile. Irgendwann so vom Baustil her. Mit der Religionen will ich jetzt mal lieber nicht anfangen. Das können wir später vielleicht machen. Ähm. Ich finde die Dinge eigentlich so geil, also. Wenn ich jetzt noch im Urlaub bin, dann gehe ich eigentlich... Also ich war jetzt in den Sommerferien vor... Ne, über Weihnachten, ja. Ungefähr vor einem Jahr. Um diese Zeit vor einem Jahr. Um Weihnachten rum. Oh, steht da ein Schild halt. Einen Augenblick, ich will mir mal kurz helfen. Ich bemerke mir eben das Thema. Weihnachten in Italien. Gut. Ich komme gleich darauf zurück. So. Na, ich hätte eine Frage. Mal sehen, ob ich die mal antworten werde. Ja, ich bin nur mal Admin auf dem Server. Da müssen wir mit sowas leben. So, und runter. Bumm. Set 1, nein, Set 4. Alter, das klar... Das kannst du auch selber einstellen. Da müssen wir so ein Schild dranhängen, mein Freund. Ja, ja, er musste Lernverprüfung. Die Ausrede, die zieht bei uns Gamern nicht. Ich musste Lernverprüfung. Also was denkt da eigentlich, wer ist hier? Zu glauben, dass man Verprüfung lernen muss. Ah, ich wollte aber von Italien und von meinem Baustier erzählen. Scheiße. Also, ich war vor Weihnachten, vor ungefähr einem Jahr, über Weihnachten war ich halt in Italien. Das war auch eigentlich sehr cool da. Das Hotel war echt wunderschön für den Preis, den wir da bezahlt haben. Und, was ist hoch genug? Oh, ich pack da nicht rum hier. Ähm. Ja, und dann, also ich bin echt nicht so gut der gläubigste Mensch. Eigentlich kann man sagen, ich bin auch genau das Gegenteil von gläubig. Und, trotzdem bin ich halt in den Petersdomen gegangen. Und ich muss sagen, das Ding ist, also wenn ihr in Rom seid, geht unbedingt in den Vatikanenstaat. Ähm. Was ich auch noch machen wollte, oder habe ich mal von gelesen. Im Vatikanenstaat gibt es einen Teil, das gehört zu Deutschland dazu. Ein ganz kleines, das ist nur ein kleiner Raum, glaube ich. Das, ich weiß nicht, ist ein Grab drin? Ich weiß es nicht genau. Also, ähm, hier ist es gut, das tut Deutschland dazu. Und da kommt man auch eigentlich nur rein, wenn man einen deutschen Pass oder eine deutsche Einreisegenehmigung hat. Und da muss man, irgendwie, müsst ihr euch mal erkundigen. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt. Vielleicht zeige ich dir später mal, wenn ich das rausgefunden habe. Ähm. Noch eine Säule mehr. Zack, zack. Oh, es ist rausgegangen. Ja, ich baue vier Säulen erstmal. Oh Gott, das Ding, das wird richtig fett. Hm, eigentümlicher Baustier hier. Jetzt ist es rausgegangen, jetzt haben wir wieder die Einzigen hier, ist doch schön. Ich meine, ich will jetzt nicht vertreiben oder so, aber... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da. Was ich allerdings jetzt nicht machen würde, ist, auf so eine Papstmesse zu gehen. Also, klar, wenn ihr jetzt Katholiken seid und auch in sowas glaubt und euch da Spaß macht, dann macht das natürlich. Aber würde ich jetzt nicht tun. Ich glaube, es sind so viele Menschen, es sind immer so viele Menschen, es macht auch gar keinen Spaß. Also mir macht es allgemein keinen Spaß, aber... Macht es Spaß? Nur weil es der Papst ist? Gut. Ähm, bei Rammstein sind es auch viele Menschen, da will ich natürlich auch hingehen. Immer wieder. Ja, ich war erst einmal da vor kurzem jetzt in Bremen. Ähm, gut, dass wir die auch immer machen, natürlich. Das sind zwar keine Götter, aber... Äh, Z4, ich glaube, da muss noch eine Etage höher. Das Ding ist eine... Einmal zu klein. Ja, da fehlt noch einer. Ähm, zack, 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 zack. Ähm, leckt das gerade ein bisschen? Naja, ähm... Ich weiß nicht, ich wundere, eigentlich nehme ich immer so mit... Minecraft nehme ich immer mit 30 Frames auf. Und trotzdem habe ich gerade 33. Also, die Aufnahme läuft gerade mit 33 Frames, steht bei mir oben in der Ecke. Normalerweise ist es immer fest auf 30 gefunden, aber dieses Mal ist irgendwie... Naja, mein PC ist eben zu gut, das kann man nicht runterdingsen, bummsen, etc., etc., wie auch immer. So. Ja, wo war ich noch? Ich kann noch mal... Ich kann noch schöne Reisegeschichten hier erzählen. Ich war... Wo war ich nicht so? Ich war dann vor... Ja, ich reise jetzt nicht so viel, ne? Das waren echt die einzigen Reisen, die ich jetzt gemacht habe bisher. So richtig große. Hm, kommt gut hin. Da war ich, äh, vor ein paar Jahren war ich dann... Gott, das war schon vier, fünf Jahre her. Da war ich in, äh, Paris, in Frankreich. Oh, genau richtig. Ähm, da war ich jetzt nicht in... Ich glaube, da war ich in keiner Kirche drin oder... Oder nichts Ähnliches, hm? Hm, das erinnere mich jetzt ein bisschen an Herr der Ringe, so... Ähm, Herr der Ringe und die zwei Türme und das Cover. Oder war, ne, das war nicht... Ne, das war nicht das Cover, das war... Das waren diese hohen Figuren, die da rumstanden. Genau, diese fetten Figuren. Das war in Herr der Ringe zwei, ich weiß es nicht genau. Das ist auch schon wieder ein paar Monate, dass ich den gesehen habe. Ähm... Aber jetzt sind es beides wunderschöne Städte, Paris und Rom. Also, wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, wo ich jetzt hinfahren würde auf der Stelle, würde ich mir, glaube ich, Rom auswählen. Einfach weil... Keine Ahnung. Habe ich noch... Habe ich weniger von gesehen, als in Paris. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Man glaubt das vielleicht gar nicht, aber ich bin gar nicht so viel am PC. Klar bin ich mal hin und wieder, wirklich mal ein paar Stunden, aber... An den anderen Tagen bin ich da auch nur vielleicht nochmal nur eine. Das ist jetzt so... Für so einen Typen, der jetzt einen eigenen Minecraft-Server hat, glaube ich, das ist nicht allzu viel. Da gibt es einige mehr. Und ich spiele eigentlich auch relativ viel in letzter Zeit. Also, ich bin eigentlich häufig so im Internet. Habe ich jetzt eigentlich schon. Ähm... Ich drücke keine Taste. Ich habe keine Ahnung an der Tastatur. Hm. Naja. Hm, einen noch. Ja, das kommt gut hin. Lalalala. Back, 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 back. Ja, ich back gerne rum. Ah, spring! Ah, wieder genau gekommen. Set 4. So, dann noch eine Säule. Dann haben wir die ganzen Säulen auch fertig. Ich bin mit dem...